So, was geht ab, liebes Looshwack-Zuschauer? Heute neue Reaction, und zwar Big Mac bannt seinen Chef. Was da abgeht, so klicksmäßig und so bei der Sub-Zeit insane, aber auch well-deserved so. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Ihr wisst, wie das läuft. Fünf Lacher, äh, fünf Subs pro Lacher so rum. Lasst ein Abo da. Kuss. Nur abzocke, Digga. Oh no. Hab Angst. FIFA mit Kriege. FIFA, it is best. Ja, true. Oh, fuck, man. Fünf, 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 ach, Digga. Egal, okay, war auch gut, war auch ein guter Club. 100 verschiedene Pilze. Braun oder hat irgendwer die Antwort. Braun oder grün. Zwei Pilze. Zwei Pilze! Theorie versus Praxis mit Max. Sobald sich das Sicherheitsnetz und das elektrische Netz berühren, gibt's dort einen Kurzschluss. Assi, Alter! Was denn? Ah, ist das scheiße. Geil. Wie ich die Klausur schreibe, die über meine Versetzung entscheidet. Mein bester Freund. Alter, halt sie Mau, ey. Halt's Maul, Digga. Das ist geil, Alter. Das ist geil, Alter. Richtig geil. Wir will nice. Danke. Minecraft-Legende läuft durch Street-Videos. Soll ich hin Hause fahren? Ah. Wollen Sie lesen? Ich bin bloß. Hahaha. Drachen-Lort-Foreind-Abonnenten. Und zwar habe ich noch was eingerichtet. Oh nein. Und zwar was hier. Moin. Er meint den Kamerawinkel. Super Winkel. Dazu sei auch gesagt, dass das halt in seinen Streams ist, wo Leute nur zugucken können, wenn sie bezahlen. So, ne? Hat dann vielleicht drei, vier, fünf Zuschauer, sieht das und bannt einfach einen zahlenden Zuschauer sofort weg, wegen sowas. Schauen wir mal, wen genau er da gebannt hat. Servus Brache. Frohe Weihnachtgrüße aus den Staaten. Hoffe dir geht's gut. Lass dich nicht runterkriegen. Hoffe du bleibst uns noch lange erhalten. Nein. Brache und seinen Hamster. Vielen Dank. Du schließt den Weg. Du schließt immer noch den Weg. Ach, jetzt ist er runtergefallen. Schlimm. Hast du schön dünn Schiss? Das stinkt so widerwärtig. Dieser Mann hat die CD zerstört. Danke für die 11 Euro 11.90. Tick, tock. Tick, tock. Ich geb dir einen. Big. Ja, das war klar. Weil ich muss ja nur den einen nageln, ein bisschen tiefer. Das ist nicht der F... Rezo, der Hund. Den nehm ich hops. Meine Jungs hab ich nichts zu verlieren. Laserpointer direkt aus die Stirn. Wir kommen, wir sind auf die Exekution. Hey Rezo. Du alter Zerstörer. Adakun, adakun, adakun. Dieses Zeug geht direkt ins Gehirn. Egal was du willst. Das ist straight up Korruption. Adakun, adakun, adakun. Tanzverbot. Einfach neue Agatha. Mein Junge. So, der Schaum geht mir über auf den Sack. Ich bin hier und da wird es nicht wahr. Guck mal, das geht doch schon... Das geht doch jetzt schon einigermaßen klar. Gut, jetzt ist da wieder ein bisschen Abwasch, aber so sonst? Ja, es geht, aber ich finde, du bist dick. Ja, deine Küche sieht aufgeräumt aus, aber ich muss dir eine Sache sagen. Halb YouTube Deutschland besuchen mit Ellotrix. Wie machen Sie schon? Ist okay, oder? Gebrochen. Ich war vorher noch beim Training, ich hab meine Bandage bekommen. Was ist denn mit Karsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Schnell weg von dem Psycho. Ist das wieder ein geiles... Ey, ist das wieder gut. Es reicht mir jetzt, Leute. Ich habe Karsten nach seinem respektlosen Verhalten rausgeschmissen. Ist das geil. Sag mal, du guckten Sohn. Der ist einfach ausgegangen, mitten im Spiel. Dieser ist wirklich sehr schön. Der ist sehr attraktiv. Excuse me, eine Frage. Ich bin ein YouTuber von Deutschland. Oh nein! Digga, wie gut. Excuse me, one question. I'm a YouTuber from Germany. Nein. Obviously I'm a man, but I don't have a big ass. Wieso sieht das T aus dem Leuchtschild aus wie ein Sch**z? Ah. Oh. Mario Kart. Mit Max. Das ist meine Map hier. Fehlstart. Wow, Five-Field-Abkürzung fast. Nope. Nein. Hello there. Hey, wie war's letzter? Ich bin vor dir. Oh ja, ja. Was? Bild, ne danke. Ah, Lazzo wieder auf der Zwölf. Geil. Hä, was macht denn, was macht denn Danny? Danny war ja richtig scheiße. Doppelt so viele Punkte wie Eli, alter. Well played. Friss scheiße, Micky. Nicht nur auf Malta gibt es schön. Friss scheiße, er ist auf dem elften, Micky auf dem zwölften. Friss scheiße, Micky. Oh, 15, okay, okay, okay. Nicht nur auf Malta gibt es schöne Frauen. Julia. Target spotted. Oh. Das Target spotted, Digger. Oh nein. Close one. Oh. Oh. Scheiße. Ach, Digger. Digger, warum hat der da irgendwelche? Ach, Digger, das war's komplette Roadie. Einfach aufhören zu rauchen. Äh, ja, Big Mac, Spiegel. Ich rauch vielleicht nur noch das braune Zeug, aber Biggie, vielleicht hörst du auf das grüne Zeug zu rauchen. Schon mal dran gedacht? Äh, Big Mac. Du bist als Montana Black. Oh, leck mich am Arsch. Oh, leck mich, Digger. Leck mich am Arsch. Ich rauch vielleicht nur noch das braune Zeug, aber Biggie, vielleicht hörst du auf das grüne Zeug zu rauchen. Alter, das ist dieser Typ, Digger. Schon mal dran gedacht? Digger, diese... Sorry, sorry, ich muss... Schon mal dran gedacht? Oh. Äh, Big Mac. Du bist als Montana Black auf dein PC eingeloggt, Digger, und hast auch die Macht als Montana Black. Du könntest meinen Twitch nicht kaum löschen, weil ich dir so sehr vertraue und dir, wenn dir dein Leben davon abhängt, dir so... Oh. 20 Subs hätte aber noch wesentlich schlimmer werden können. Also, das ist halt geisteskrank. So gut. Sonst war ich immer so gefühlt am Anfang am stärksten, aber jetzt gerade das Ende hab ich gekillt. Das Ende war immer so gut wieder. Also, so geile Videos, Mann. Der Erfolg sei dem so gegönnt. Holy Shit, Mann. Geile. Gg's. Gutes Video. Wir werden den Kommentar nicht vergessen. Äh, Abo rausschmeißen. Kuss, kuss, kuss. Insane. Bist du, schluss, kuss, kuss, kus. Scheiße. Willst du, schluss, kuss. Et du, schluss, kuss. Leider. Kannst du aufgleichen. Vielen Dank.